Herzlich Willkommen! Hier ist also GTAms 100 AP. Nun, es geht weiter mit Let's Play GTA Vice City. Und ja, so wie versprochen, habe ich Offscreen-Missung gemacht. Scheiße, das wollte ich nicht. Ja, und ich habe mal Offscreen auch dieses Objekt gekauft. Das ist Heide Kondo für 14.000. Weiß nicht. Nun, und, na gut. Ja, ich wollte euch vielen Dank für 31 Abonnenten bedanken. Warte, ich mache es ein bisschen heise. Moment, du machen wir mal hin. Ja, wie gesagt, danke für 31 Abonnenten. Ihr seid so cool. Und, äh, kein Fond hat errufen. Äh, es gibt ein kleines Problem. Mit, wow, 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 wow. Nun, und an der Zeit, danke schön, gehen wir zu diesem Stadion hier. Ah, Hilfe. Hilfe. Und, ob ihr es lustet, ich habe neue Waffen. So, was ist denn? Mitternacht ist in Vice City. Mach ich was extra für euch. Der Train. Ja, das ist für mich zu schwer. Um die Mission zu beenden, stell dich zu Fuß in die rosa Markierung. Und, gut. Na, ein bisschen, will ich euch das zeigen. Also, als kleines Dankeschön dafür. Und, ja, ja, ich glaube, ich einmal so. Ja, würde ich ja verlassen. Boah. Boah. Ja, ich glaube, ein bisschen... Oh, wo ist der Kompakt? Ja. Boah, 11 Frauenhändungen. Larmes... Ja, damit... Ach, wie normal ist das? Es kommt durch, das ist ein... Sehr... keine Ahnung. Weiß nicht, ich glaube... Langweiliges... Reibesender, finde ich. Nun... Da würde ich mal sagen... Noch ein bisschen... Eric Clinton, oder? Oh, und noch was. Da gibt's was... Ähm... Den... Einen kleinen Pack, den ich... Euch zeigen möchte. Oh. Warte. Ha! Da ist ein Packchen. Da ist ein Packchen. Schnappchen. Acht von zehn. Da ist ein Packchen. So, diesen... Pack hier... Oh, nein, 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 nein! Scheiße! Ja... Ansonsten mache ich... In der nächsten Folge... Mission... Ne... Durch das... Ja, also in der nächsten Folge mache ich dann... Ähm... Mission... Also jetzt ein bisschen von Eric Clinton... Jetzt... Ähm... So... Scheiße, ey, die... Ey, wo laufe ich denn in der Gegend? Okay, jetzt müsste ich ganz vorsichtig. Ich hoffe, ich packe das auch, ey. Das ist mich ankotzt. Das kotzt mich echt, ehrlich gesagt. Boah, Tommy. Wo laufe ich denn in der Gegend? Ja, dann würde ich mal sagen, ich bei nochmal die Aufnahmespeicher... ...das Offscreen. Ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben reinpacken. Ihr könnt ein Abo da lassen, falls ihr mal einen weiteren Let's Play-Folgen auf keinen Fall verpassen wollt. Ihr könnt ein Abo da... Also, ihr könnt kommentieren, was ich in der nächsten Folge so erzählen soll, ne? Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und... Ciao.